Guten Tag, mein Name ist Achim Gropius. Ich bin auch Gitarrenbauer und stelle hier meine Instrumente aus. Außerdem bin ich jetzt hier auch noch an der Organisation der Festspiele ein bisschen verankert, weil ich eben seit vielen Jahren die Ausstellung hier organisiere, halt eben für die ganzen Gitarrenbauer. Und ja, heute ist jetzt der letzte Tag der Festspiele. Also sowohl als Gitarrenbauer als auch als Mitarbeiter, Mitorganisator bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Verlauf soweit. Wir hatten also gerade unter den schweren Corona-Bedingungen jetzt eigentlich ein super schönes, harmonisches Festival mit einer tollen Atmosphäre. Ich glaube, die Leute sind auch alle glücklich und zufrieden. Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Mal, das höchstwahrscheinlich erst stattfinden wird. Danke. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.